Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic 4 und 5. Wir sind hier noch im Kassel bei Senji und wollen jetzt mal nach oben. Der Wolf, genau. Na, komm. Äh, yo. Schon verstanden. Ähm, mal gucken, was wir hier noch haben. Äh, ouch. Es ist alles sehr, sehr schmerzhaft hier. Hier ist nix. Das war klar. Das war so klar. Okay, hier sind noch ein bisschen Schriftrollen. Irgendwelche Wizards. Eine Truhe. Oh, mir ein bisschen Geld. Besitz. Keiner Besitz. Okay. Na gut. Dann, fangen wir mal an. Skull of Depression. Ja, naja, Depression überleben wir. Ähm. Of Confusion. Bitte, jetzt bist du confused. Skull of Death? Nee. Stand das bei den anderen auch? Hätte ich da einfach mal lesen müssen. Letztes Mal? Egal. Nee, Skull of Incentive nehmen wir auch nicht. Skull of Depression nehmen wir. So, bitteschön. Es ist halt Spaß, ist das. Äh, ja, komm her. Nee. Nee. Skull of Inside? Ach, quest-item. Ja. Nee. Hier. Retrieve to Skull of Inside. Jo. Okay. Und das war das hier, oder was? Geht hin. Oh, ne, warte, nach oben geht's nicht. Hm. Ach stimmt, den Boss haben wir auch totgeschlagen. Na gut, dann war's das hier wohl offensichtlich. Okay. Dann raus hier. Ähm. Ach so, beamt uns nur zum Anfang des Levels. Nee, Gott. Hm. Das stimmt aber nicht ganz. Na egal. Dann gehen wir das letzte Stück. Hm. Nee. Hier auch. Sag mal, Pürx, bist du... Wo ging's denn? Ach, da ging's doch raus. Ich bin so blöd. Hier ging's raus, oder? Nee. Oh, scheiße. Äh, komm ich hier raus! Wo war der Eingang? Hm. War der nicht hier? Ja. Hier. Ja. Dankeschön. Okay, dann was wir jetzt machen ist, wir sitzen erst mal... Woher können ja erst mal die Quest die wir da hier... Weißt du das? You have destroyed the wizard cult that killed my master. Haben wir? Okay, haben wir. Thank you. Now with the help of the scroll, I can become a sorcerer. This is good. As payment for your services, I give you the Amulet of the Northern Sphinx. Mhm. Oh! Okay. Amulet of the Northern Sphinx. Hier war da irgendwo eine Sphinx. Da unten. Okay. Da können wir jetzt vermutlich rein. Wollen wir das schon? Hm. Wir können ja mal speichern. Dann können wir mal eine Beacon setzen. Dann können wir mal ein Town Portal casten und uns etwas heilen. Wo bist du denn, Town Portal? Und äh... Wo? Hat der Winterkirn-Tempel? Er hat dann ein Anstellung gedacht. Das ist ja... River City hat auf jeden Fall ein Tempel. Okay. 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 Und aufsteigen konnten wir hier da auch irgendwo. Wo war das hier? Wo war das hier? Arsch. Jo. Oh! Das war eine... Oh! Ja, das ist ja super. Mhm. Hier ist also schon mal 15 Schluss. Hm. Gut, wo gab's denn noch... Welche Stadt hatte da noch eine Training Halle? Du Winter... Nee, Winterkill hatte keine Training Halle. Nee, hier gab's auch keine Training Halle, oder? Nee. Die Night Shadow, in der Training Halle. Geht mal weg. Glaub nicht, oder? Na gut, bringen wir noch die Kiddies hier um. Boing, 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 boing. Was ist die Gilde? Ne, hier waren nur die Särge. Und auch nur Särge. So ein blöder Grabstein. Ja, geht mal weg. Hier ist auch nix. Oder das Einzelne hier? Nee. Oder das Einzelne hier? Wir können doch nach Castle View. Ich bin ja blöd. Wir können ja auch einfach auf die Dark Side gehen. Aber ist ein Level... Ist ein Might Magic 4 Level 15 schon Schluss? Das kann doch nicht sein. Mal sehen, ob das auf der Leitzeit hier nix mehr ist als Level... Nee. Aber hier ist die Gilde. Hier ist einfach... Jetzt gucke ich doch nochmal nach Hinterkiller, ob ich da die... Ob ich da eine Training Hall übersehen habe. Ich folge voll Depp. Das ist die Gilde. Ja, weißt du was? Dann kaufen wir jetzt auch mehr als Distortion. Okay. Man, hier sind wir so oft rumgelaufen, dass wir mir... Nee, hier ist nix. Ah, shit, 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 shit. Ist ja tatsächlich ein Level 5 Schluss? Das ist ja blöd. Na gut, hilft nix. Müssen wir auf die... War hier nicht auch so eine Pyramide gleich draus? Ja. Okay. Wo war hier die... Das ist die Tarn. So. Okay. 16 haben wir aber auch... Du kannst. Okay. Und noch eine Million ungefähr. Na gut, okay. Das wird jetzt noch eine Weile dauern. Aber die Musik ist schon wieder aus. Ich mag dieses Spiel. Ähm. Ich meine jetzt, wo wir hier schon sind. Können wir ja mal ein bisschen rumgucken. Gibt es irgendwo einen Ausgang? Hier ist der Tempel. Lass mich raten. Der Tempel... Äh, der Ausgang war im Norden. Ja. Okay. Hier sind wir ja auch schon ein bisschen was abgegangen. Dann machen wir einfach mal weiter. Hier war irgendein Castle. Ah ja, Out of Faith. Genau. Da konnten wir noch nicht rein. Gut. Gehen wir mal alles ab hier. Und weiter geht's. Tup, tup, tup. Das Castle View. Das ist Wasser. Das ist das... The ship is about to break apart under the current surge. Aber immer. You find some booty and slip off the ship in the nick of time. The ship sinks beneath the water behind you. Okay. Okay. Eine Sekunde mal kurz. Ja. Und wieder da. Weiter geht's. Hallo. Ach, ihr könnt nicht aufs Wasser. Das ist gut. Können wir mal gucken, wie viele Hitpoints ihr habt. Ganz ne Menge. Na ja. A note and the bottle reads are good. Hm, wieder was zu schreiben. Hello, stranger. Please come and visit me, Xantos the Sorcerer. My tent is 25 west of Castle Blackfang. Okay. Visit Xantos the Sorcerer. Hm, das ist aber eine ziemlich blöde Art zu kommunizieren. Ich meine, du weißt ja gar nicht, wer jetzt kommt. Naja, ist eigentlich egal. Ähm. 25 west of Castle Blackfang. Was uns nicht wirklich viel hilft, weil wir nicht wissen, wo das ist. Aber gut. Mhm. Also richtig gut durchdacht, hast du das nicht, Sorcerer? Naja, egal. Ah, hallo. Ja, weißt du was? Gehen wir einfach mal drauf. Ah, verstehe. Paralysis, das ist nicht gut. Hitpoint 62. Das ist eigentlich nicht so viel. Okay. Also ich sehe schon, wir brauchen... Ähm. So. Das war das Great Into Castle View, ne? Okay. Ist aber lustig, dass ihr keinen Fernangriff habt. Obwohl ihr Elektrizität verschießt. Soll uns nicht stören. Was ist das? Mengo Melon. Oh Gott, das ist ein Quest Item. Oh Gott, ich weiß es nicht. Wishing well, du hast ne Coin. Äh, noch wer? 100 Luck nehmen wir mit. Dass es immer so ist? Naja, egal. Jetzt sag mal hier. Wie weit er da ist? Come on, ihr könnt noch ein bisschen weiter latschen. Okay, da da da, da da da. Ich könnte so noch mehr von diesen Hubs hier geht es auch weiter. Hallo. Brother Weger, the monk, there is a word for what the monks of Castleview study. Monks of Castleview. Ach, unsere, ach, unsere Backwords, ähm. Nee, wie ist denn die? Backword oder Backword? Wrong. Hey, das war aber nicht freundlich. Hm. Was sollte das? Ich meine, das ist es. Ich frag mich nur, ob die... Das Spiel ist kein Wort, was jeder kennt, aber na gut. Äh... Dankeschön. Gut. Hat sich der Deutschunterricht ja doch mal gelohnt. Äh... So. Oh Gott, da finden wir mehrere von... Eine ganze Menge sogar. Und ich hab keine Ahnung warum. Mhm. Oh Gott. Hm, wieder eine Nachricht. Also ihr kommuniziert offensichtlich, äh, nur noch per Bottles hier. Ähm, das ist einer, das ist die andere. Help I'm being had captive in Castle... Well, Castle Blackfang. Queen Kalindra. Moment, hattest du nicht... War das nicht dieses Castle, was Out of Alignment war? Kalindra? Äh, ach scheiße. Weiß ich nicht. Ruler of Darkseid. Mh... 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 Captive... In... Castle... Blackfang. Gut. Ja, gucken wir bei Gelegenheit mal hin. Boing, boing, boing. Hallo. I'm so glad you found this place. Without your help I would be unable to return here to renew my magic and my youth. Äh, ach so, stimmt. Die haben wir ja dann, dein Horn wiedergebracht. Oder beziehungsweise der, der Frau, die dich dann finden wollte. Oder irgendwas. Because you have saved my life, I will use my magic to restore yours. Mhm. Ach so, das ist jetzt wieder aufgefüllt. Okay. Na gut. So, jetzt haben wir einen Rucksack voll mit Melonen. Und... Das ist ja fantastisch. Party needs rest. Wenn ich mir damit irgendwas andeuten spiele. Gut, dann schlaft ihr zwar. Okay. So, äh... Oh, hier waren wir überall. Na ja, guck. Ja. Dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Fangen wir unten an. Toll, hier sehen wir ja richtig viel. Ah, Medusa-Sport. Das klingt nicht gut. Jetzt sollte ich mal speichern. Jo, das klingt tatsächlich nicht gut. Mhm. Na, wenn es immer nur eine ist, ist es okay. Haben wir eigentlich Cure Stone? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah ne, Stun to Flash heißt das ja. Du hast es nicht. Du hast es auch nicht. Na gut. Mhm. Was soll ich jetzt? So. Oh Gott, das war ein Dark Wolf. Okay. Das ist schon ein bisschen gefährlicher hier. Killer Cobra. Oh Gott, das will... Ah, hallo. Mantis Ant. Mhm. Ohohoho. Okay, hier müssen wir also mal ein bisschen, äh... Ne. Na doch. Edge Plus Five und Poison, das ist ja fantastisch. Ähm, was haben wir denn hier mal? Ähm, Moonway ist ein bisschen viel... Okay, hier sind wir glaube ich noch zu früh. Ja, hier sind wir noch zu früh. Hahaha. Jo, okay, bring uns um. Ja. Alles klar. Mhm. Okay, vielleicht doch nochmal auf der Leitzeit weiterkommen. Ja, ich... Ich geh ja wieder. Ist schon gut. Dipptidü. 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 Also, äh, was ist denn das? A, B, B4. B4, nicht gut. Wenn wir auf der Straße bleiben. Was haben wir hier? Nibbler the Monkey Dog. Monkey Dog. Okay. There is nothing in this world that I love more than Monga Melons. Das passt sich gut. Wir haben eine ganze Menge davon. Unfortunately, the best, most sweet tasting Monga Melons go in the southern region of the Meadowlands, which happens to also be the home of the most vicious centipedes. Please help a poor monkey dog out and bring me some Monga Melons. Ja. Wir haben eine ganze Menge. Well, it's about time. Es hat genau NULL Sekunden gedauert, bis wir wieder da waren, weil ich glaube drehen ja keine Zeit kostet. Also, bleibt mal locker. I practically starved to death, waiting for you to return with my Monga Melons. But now that you have, I can tell you to go visit the dungeon in Sprite Forest. First, Monkey Dog. After receiving Monga Melons, visit the dungeon in Sprite Forest. Dungeon in Sprite Forest, okay. After you go check it out, come back. Come back. 10.000 Erfahrungspunkte, das hat sich gelohnt. Kann man die jetzt... Nee, okay, haben die gleich alle gegeben. Okay, mhm. Ist hier vielleicht noch irgendwas etwas... Wo ist denn der Sprite Forest? Jetzt müsste ich die Karte haben. Okay, da wollen wir noch nicht rein, das ist nicht gut. Dann gehen wir hier mal die Straße lang, nachdem wir gespeichert haben. Und finden da eine Bottle. You find a note that we... Beware the rapids. Ja, okay. Vesper the Wizard. Mhm. Oh, God. I seem to have lost the emerald handle that fits on the end of my magical staff. It must have loosened and come off on my journey back from visiting Sandcaster. If you could find it, for me, it would be much appreciated. Hurra, noch eine Quest. Ach du Scheiße. Okay, ihr mögt keine Magier und ihr habt eine ganze Menge Attacken. Danger, beware. Okay. So, jetzt habt ihr keinen Magier mehr, auf den ihr schlagen könnt. Wo schlagt ihr dann drauf? Da sind noch mehr, da gehen wir mal kurz. Und du behalst mal unseren Magier. Also irgendwie ist das... Vielleicht ist es gar nicht blöd, wenn man tatsächlich zuerst Might and Magic 4, also die Light Side, oder die Cloud Side, oder Dark Side, äh, Clouds, also die Light Side, so habe ich es ja immer genannt, ähm, erst komplett macht und erst dann auf die Dark Side geht. Ich meine gut, Sandcast, äh, Quatsch, nicht Sandcaster, äh, Castle View war ja relativ übersichtlich, aber gut, das war ja auch das, äh, das Startgebiet für den fünften Teil. Hm, ja, ich denke, wir sollten aber wieder zurück auf die Light Side, das ist ja hier doch ein bisschen... Wollen wir mal gucken. These blasted Ogres are killing my business. Every time I try to get a caravan through Ogre Paths, they attack it, stealing everything. Perhaps you could get rid of them from me. Hm, mhm. Ogres klingt ja nicht so schwer. Ja, naja, komm, da kommen wir noch ein bisschen weiter. Aha. Oh, shit. Okay, hier gehen wir mal weg. So, Ogre Paths, ist das vielleicht hier irgendwo? Oh. Okay, hier ist zumindest was. Jörg de Bewellen, you're welcome in Mana's friend. No swimming. Warum nicht? Ah, okay. Gut. Ach Gott, hier waren wir schon. Was? Ach nee, ich hab ja keine Gems. Was soll ich... Äh, keine, keine Diamonds. Ja, keine gute Idee. Es ist auch schön, dass man nicht sieht, ob der nächste Schritt dann ins Wasser führt. Arsch. Hier ist irgendwas. Äh, mal ne Mine? Ach, ist das ne gute Idee? Oh Gott, was seid ihr denn? Entschuldigung, Alter. Gott, seht ihr bescheuert aus. Okay, er sterbt allerdings relativ effektiv. Gut, dann machen wir mal... Ähm, was soll man noch machen? Wir rasten mal. Dann saubern wir mal... Day of Protection. Und dann speichern wir mal. Was ist das? Sapphire Vane will mine. Okay. Okay. Spannst du mal den ganzen Kram weg? Braucht doch kein Mensch hier. Okay, aber das ist wahrscheinlich Accessory, oder? Nee, Misk. War noch Platz? Ja. Potion of Hollywood brauchen wir auch nicht mehr. Hoffe ich. Hm. Ähm. Ach so. Hätte ich gar nicht wegschmeißen müssen. Das sind Quest-Items, oder was? Yo. Das ist ja praktisch. Wir haben immer noch drei... Manga-Mellons. Hast du uns also nur eine abgenommen und danach wolltest du keine mehr haben, der... du... Monkey-Dog. Okay. Ähm. War das jetzt gerade Anti-Magic, oder war das Zufall? Hm. Nee, das war Zufall, dass da der Day of Protection ausgegangen ist. Hm. Hm. Okay, nix. Hm. Das ist ja nett. Scheiß Gem. Manchmal gibt's Gems, manchmal gibt's... Aha. Aha, sehr interessant. Okay. Hier ist nix. Machen wir mal Wizards Eye. Ob wir hier irgendwas übersehen. Nee, das ist nur so klein. Okay. Gemstone Minds, okay. Na komm hier. Weg mit dir. Okay, ja. Dann würde ich sagen, das reicht erstmal hin für dieses Video. Mal gucken, was wir mit diesen Gems anfangen können. Die können wir ja dann wahrscheinlich bei einem von diesen Gemsmiths da oder was das war zu irgendwas umbauen lassen. Hm. Na, schauen wir mal. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit mehr Might & Magic. Also, bis dann. Tschüss.